Wir sind Familie Knöfel und sind hier in Edertal-Anraff. Ursprünglich wurde der Betrieb konventionell im Lebenerwerb geführt und wir haben zum 1.7.2015 dann endgültig umgestellt. Die ersten zwei Jahre sind wirklich hart von konventionell auf Bio umzustellen. Man muss einmal investieren in Technik zum Beispiel. Viele Investitionen, die da erforderlich sind. Und da war diese unbürokratische Hilfe seitens Allnatura wirklich klasse. Es gibt viele Legehennenbetriebe, es gibt viele, die vielleicht auch auf Bio umstellen. Aber was sich bei uns, glaube ich, als Alleinstellungsmarkt mal herauskristallisiert hat, ist, dass wir vom Nebenerwerb zum Vollerwerbsbetrieb umsatteln wollten. Und dass wir da und aufgrund von unserem Alter, dass sich halt eine junge Familie entscheidet, voll erwerbsmäßig in die Landwirtschaft einzusteigen. Es muss ein Umdenken einfach stattfinden mit den Tieren, dass sie draußen wirklich rumlaufen können. Also das macht dann doch einen Freude, als wenn man da so Ställe sieht, die noch nie Tageslicht gesehen haben. Es wird immer davon geredet, wir müssen für den Weltmarkt produzieren. Dem sehen wir eigentlich nicht so, sondern wir sollten hier für unsere Region produzieren, für die Menschen, die wir kennen. Wir haben zu jedem gesagt gehabt, ihr könnt gerne mal vorbeikommen. Guckt euch das an, wie das produziert wird oder sonstiges. Kommt in den Stall, wir können gerne einen Termin ausmachen, wir können Besichtigungen machen oder sonstiges. Das bieten wir jedem an. Und da, denke ich mal, baut sich dann auch ein Vertrauen auf. Also, ich lege mir. Ich lege mich mal. Wir können mich über Tutorial, wie das ist, wenn wir die große Generationen ver minorities gegeben haben. Wir können uns dann auch, wie das heißt, wir können uns das mit anderen Produkten, Vielen Dank.